Hallo und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Bist du noch auf Kurs? Genau darum geht es im heutigen Podcast. Ich bin mir sicher, du hast dir Ende letzten Jahres für 2021 eine Menge vorgenommen. Sei es privat, sei es beruflich, für dein Business. Und ja, wir haben nur noch zwei Monate bis Ende des Jahres. Die Erfahrung zeigt, dass in den letzten zwei, drei Monaten des Jahres nochmal richtig viel getan, geschaffen und vor allem auch erreicht werden kann. Ich weiß von einer meiner Mentorinnen, die in ihren jetzt sieben Jahren, müsste es sein, indem sie unglaublich erfolgreich mit ihrem eigenen Online-Business ist, gerade in den letzten drei Monaten nochmal enorm viel Umsatz macht. Ich gehe den Schritt weiter, denn in diesem Podcast geht es ja um deine Bestimmung und darum, deinem Ruf zu folgen, den heutigen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst, zu nutzen, um dich nochmal auf den Prüfstand zu stellen und ob du deinen Fokus noch richtig und zwar laserscharf ausgerichtet hast, auf das, was du wirklich willst in diesem Jahr und was du vor allem auch erreichen möchtest. Nimm dir die nächsten 15, 30, vielleicht sogar 60 Minuten und stell dir folgende drei Fragen. Erstens, wo stehst du heute? Was hast du in den ersten zehn Monaten dieses Jahren bereits erreicht? Was hast du dafür gebraucht? Wie musstest du sein, um das zu erreichen? Wen musstest du integrieren, fragen, mit hinzunehmen, wie auch immer, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Und wenn du dann dir die zehn Monate anguckst, weißt du, dass du das, was du dir vorgenommen hast, deine Ziele, deine Projekte, deine Vision, was auch immer, auf jeden Fall bis Ende des Jahres erreichen wirst? Stell es jetzt auf den Prüfstand. Denn wenn du dir die Frage beantwortet hast, wo du jetzt, Ende Oktober, stehst, dann ist die zweite Frage, was wolltest du auf jeden Fall bis Ende des Jahres erreicht haben? Und was braucht es definitiv noch, damit du das bis Ende des Jahres auch erreichen wirst? Das heißt, welche Ressourcen musst du noch aktivieren, sei es persönliche Ressourcen, aber auch materielle oder Business-Ressourcen, damit du deine Ziele definitiv erreichst? Und wiederum, wen müsstest du hinzuholen? Was genau müsstest du tun und wie müsstest du sein, damit du deine Ziele auf jeden Fall bis 31.12. erreicht hast? Vielleicht musst du noch mal so richtig über dich hinaus wachsen, um genau das zu erreichen. Vielleicht musst du genau das Gegenteil tun, nämlich mal die Reißleine ziehen, ein wenig auf die Bremse treten, um nicht Ende des Jahres festzustellen, Okay, ich habe zwar alles erreicht, aber meinen Körper dabei auf der Strecke gelassen. Wenn du eine wahre Macherin bist, dann weiß ich, dass du wirklich viel, viel rockst. Und umso wichtiger ist es, den Körper und die Seele dabei immer mitzunehmen. Nicht, dass du irgendwann feststellst, dass du zwar super viel in deinem Leben erreicht hast, dass dir aber der Sinn verloren gegangen ist und dass dir deine Kraft verloren gegangen ist. Letztendlich die dritte Frage. Was könnte dich daran hindern, deine Ziele, deine Projekte, deine Vision, deine Mission bis Ende des Jahres genau so erfüllt zu haben, wie du es dir vorgenommen hast? Welche persönlichen Begrenzungen könnte es geben, das nicht zu erreichen? Wer oder was könnte dich davon abhalten, das zu erreichen? Und wiederum die Frage, wie müsstest du sein, das heißt, was müsstest du in dir verändern, damit dich definitiv nichts mehr begrenzt in deinem Leben? Die letztendliche Frage lautet also, bist du bereit, alles Notwendige zu geben, um deine Ziele zu erreichen? Bist du bereit, aus deiner Komfortzone herauszutreten, vielleicht sogar radikal herauszutreten, um das zu erreichen? Bist du bereit, gewisse Dinge loszulassen, die du vielleicht liebgewonnen hast, um all das zu erreichen? Das heißt, was also genau ist es, was dich hindern könnte oder was dich vielleicht sogar in den zehn Monaten gehindert hat, dahin zu kommen, wo du hin willst? Je mehr du dir auf die Schliche kommst, je mehr du dich erkennst, je mehr du anerkennst, dass du vielleicht gewisse Dinge nicht gemacht hast, dass es irgendwelche Ängste, Zweifel oder Sonstiges gibt, die dich abgehalten haben, das nicht nur anerkannt, sogar angenommen hast, vom Herzen her angenommen hast, in Liebe integriert hast und jetzt aber die Reißleine ziehst, um etwas anderes zu tun, dann kannst du dir sicher sein, dass du am 31.12. sagen wirst, jo, ich hab's geschafft. Ich hab genau das erreicht, was ich mir vorgenommen habe und kann jetzt guten Gewissens in Frieden und Liebe in das neue Jahr starten mit den Zielen, die ich mir für 2022 vorgenommen habe. Und ich werde mich hinsetzen und das Jahr Revue passieren lassen, um zu schauen, so wie jetzt, hier am heutigen Tag, wie ich die Ziele für 2022 auf jeden Fall umsetzen möchte. Und wenn du vielleicht Ängste oder Zweifel hast oder irgendwelche anderen Begrenzungen, Phobien, Panikattacken, vielleicht sogar Traumata, die dich davon abhalten könnten, dann mag ich dich heute einladen, am 2. November von 19 bis 20.30 Uhr beim 10. Experten-Talk dabei zu sein, wo wir wieder drei Top-Experten holen werden, die sich sehr gut mit dem Thema Ängste und Traumata auskennen und die ich in 20 Minuten so richtig schön sezieren werde, damit du einen riesigen Mehrwert für den Abend für dich bekommst und natürlich auch in der letzten halben Stunde die drei Experten befragen kannst mit den Fragen, die dir noch am Herzen liegen. Das als meine Einladung an dich. Registrier dich jetzt noch. Warum? Ganz einfach, damit du auf jeden Fall per E-Mail noch daran erinnert wirst und den Termin nicht vergisst. Das erstens, damit du zweitens die Aufzeichnung erhältst, falls du nicht live dabei sein kannst und damit du drittens sogar die Geschenke der Experten bekommst. Denn das ist zumindest unsere Tradition, dass meistens die Experten noch ein Geschenk mit dazugeben, damit du noch mehr für dich bekommst. Registrier dich also jetzt auf siranus.com-experten-talk, trag dich direkt ein und dann nicht nur hören wir uns, sondern sehen wir uns am 2.11. mit drei fantastischen Experten beim 10. Experten-Talk. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Nächste Woche folgt wie immer ein weiteres spannendes Interview. Ich hoffe, du hast dir das letzte Interview mit der Aisha Laola angeschaut. Eine Frau als Marokkanerin, die als Sklavin in ihrer Kindheit leben musste, um heute ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Falls du dir die Podcast-Folge nicht angehört hast, mach das auf jeden Fall. Mich berührt Aisha immer wieder. Von daher eine lohnenswerte halbe Stunde, sich dieses Interview anzuhören. So, jetzt aber genug. Hab eine ganz wundervolle Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Liebe hier aus Altea. Dein Siranus. Bis dahin. Alles Liebe hier aus Altea. Dein Siranus.